Abgeräumt haben wir bereits. Einiges. Doch es gibt noch eine Menge Bereiche zu erkunden hier. Okay, ich halte mich zurück, wenn ich sie schieße. Aber, wenn ich mal in die Richtung pende. Aber unten noch was. Und tatsächlich hier ist ein Samen. Holy shit, das ist schwer hier durch. Ich halte mich halt auf, wo der Samen hin soll. Aber ich habe nicht wirklich was zu können, aber das ist nicht so. Hier. Sehr schön. Hoch mit uns. Und Würmer mit uns. Da habe ich was entdeckt. Ich halte mich. Ich halte mich. Okay, ich halte mich. Ich halte mich. Hier haben wir nochmal die Mega-Coins Schon wieder so ein Gesulzspiel bisschen nervig, aber auch Salz Nein Ach Mann Klar Typisch wieder Was? Och Come on Blöde Pflanze Jetzt reicht's aber Ja Scheiß Geschicklichkeitspassagen Ich hab's aber echt genutzt bekommen Ich hab's aber ganz genutzt Ja Ich hab's aber auch Ich hab's aber nicht Ich hab's aber auch Mario, was ist denn? Kannst du da nicht weiter oder was? Unsichtbar gewandt? Ja, was? Nicht unsichtbar gewandt. Das ist wie eine Mauer. Echt toll, erschwert es mir halt. Ich kann doch nicht einfach zwischen den Fuzzis landen. Rechte des Wahnsinns. Ach komm, du blöde Plattform. Das geht mir jetzt schon auf den Keks. Das geht mir jetzt schon auf den Keks. Das geht mir jetzt schon auf den Keks. Gut. Okay, auf jeden Fall kommen wir den Mond endlich gesammelt. Das ist nicht mal und scharf.